Free at last, das heißt auf Deutsch endlich frei, nicht frei zum Schluss, so würde Google vielleicht übersetzen, endlich frei. Und das Unterthema heute ist, warum um alles in der Welt verliere ich immer wieder meine Leidenschaft? Und meine Antwort ist die Angst. Durch Angst verlieren wir immer wieder unsere Leidenschaft. Warum verliere ich immer wieder meine Leidenschaft? Und nochmal, warum verliere ich immer wieder meine Leidenschaft? Durch Angst verlieren wir unsere Leidenschaft. Und es gibt so verschiedene Ängste und ich will die Ängste heute mal ein bisschen klassifizieren. Also da gibt es unbegründete Ängste. Also manche haben da Panik dafür. Also zum Beispiel, dass Dortmund nicht deutscher Meister wird. Da hat manche eine Heidenangst davor. Oder dass Bayern deutscher Meister wird. Und vielleicht hast du Angst vor dem Coronavirus. Also Milliarden von Menschen haben Angst davor. Und dabei ist 2017 und 2018 in der Grippesaison sind ungefähr 20 bis 25.000 Menschen gestorben. Allein in Deutschland. An der Grippe. Und deswegen, das Coronavirus ist noch nicht so weit. Gott sei Dank. Und ich hoffe, das ändert sich auch nicht. Und es gibt so viele unbegründete Ängste. Also zum Beispiel, ich habe Angst, dass ich eine Glatze bekomme. Die Angst ist berechtigt, ist aber nicht so schlimm. Also ist auch eine relativ harmlose Angst, sage ich mal so. Also ich kann damit leben. Also wenn ich mir eine Mütze anziehe, sehe ich immer noch gut aus. Also weiß ich, wenn ich eine Glatze bekomme, ich kann mir die Glatze leisten. Also wir müssen die sinnlosen Ängste gleich wegpacken. Dann haben wir schon mal 50, das ist die halbe Miete. Aber es gibt natürlich auch begründete Ängste. Also wovor du Angst haben solltest, ein Leben lang kein Sport machen. Das verkürzt dein Leben dramatisch. Also jetzt nicht um 50 Jahre, aber so um 10 Jahre auf jeden Fall. Oder wofür man auch Angst haben sollte? Von zu vielem Essen. Oder was auch extrem lebensverkürzend ist, Einsamkeit. Ja, jetzt werde ich einigen ein bisschen nahe treten. Also wenn man zu oft Marathon läuft, zu oft Marathon läuft, kann das auch sich sehr negativ auf die Gesundheit auswirken. Aber davor haben komischerweise die meisten Leute keine Angst, sondern wir haben sehr oft vor Sachen, die so relativ unwichtig sind. Vor denen haben wir mächtig Angst, aber die wirklich sehr wichtig sind und uns umbringen können. Rauchen zum Beispiel, davor haben wir keine Angst. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der so zitternd eine Zigarette geraucht hat und sagt, ich habe so eine Angst. Er hat überhaupt keine Angst gehabt. Ja. Und dazu habe ich euch ein Bibelferst mitgebracht aus 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7. Und die Bibel beschäftigt sich mit Angst. Meine ganze Predigt, meine ganzen Textlesungen aus der Bibel sind alle aus Hoffnung für alle. Super, wenn du anfängst, die Bibel zu lesen, noch nie gelesen hast, dann ist Hoffnung für alle die Wahl Nummer 1. Allerdings kommt das hier nicht so gut rüber, aber ich werde jetzt mal auch auf eine andere Übersetzung eingehen. Und hier steht Folgendes, denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft. Also in einer anderen Übersetzung heißt es, es ist nicht ein Geist der Angst, sondern er erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und die Bibel beschäftigt sich wahnsinnig viel mit Angst, weil ich bin sicher, niemand ist hier, der keine Angst hat vor gar nichts. Und deswegen geht die Bibel auch so intensiv auf die Ängste ein. Und der Geist der Angst will immer wieder von uns Besitz ergreifen. Und dadurch verlieren wir unsere Leidenschaft. Und in der Bibel lesen wir auch, dass es einen Gegenspieler von Gott gibt. Ihr kennt das Zeichen Ying und Yang. Es gibt einen Gegenspieler. Und das Zeichen Ying und Yang will uns weismachen, dass es ein Gleichgewicht gibt zwischen Gut und Böse. Und dadurch, das sieht aus wie Gleichgewicht. Also zu 50 Prozent schwarz, zu 50 Prozent weiß. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, dass am Ende das Gute siegen wird. Sogar die alten Brüder Grimm haben uns das schon erzählt. In Hunderten von Märchen, das Gute wird am Ende siegen. Und ich möchte aus der Bibel ein Beispiel nehmen für einen Mann, der richtig Angst hatte. Der richtig brutale Angst hatte. Und ihr werdet nicht glauben, welcher Mann das ist. Es ist Elia. Elia ist der Mann, der richtig Schiss hatte. Und zwar hatte er zu einem Zeitpunkt Angst, wo man es nicht erwartet hätte. Er hat gerade das größte Wunder auf dem Berg Kamel vollbracht, das Feuer vom Himmel gekommen. Und er hat einen grandiosen Sieg errungen. Und das ganze Volk hat gesagt, ja, Gott ist der Herr. Also Gott ist der einzig wahre Gott. Und Elia ist so richtig gut drauf. Und man könnte meinen, Angst wird nie wieder ein Thema sein. Nie wieder wird für Elia Angst ein Thema sein. Und auf einmal bekommt er eine Textmessage. Und da steht, hi, ich bin Isabel. Oh, die Isabel. Das war die damalige Königin. Das war also nicht Isabel, sondern Isabel. Und diese Königin war eine satanische Priesterin und sie war auch dem Teufel geweiht. Und die hat mitbekommen, dass Elia diesen grandiosen Sieg errungen hat und bewiesen hat, dass Gott der wahre Gott ist. Und er ist total erschrocken und fragt, was will die denn von mir? Er hat noch keine Angst. Da geht es weiter. Oh, böse Männchen. Die ist bestimmt wütend auf mich, weil ich sie blamiert habe. Oh, noch eine Nachricht. Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Der Elia nämlich hatte diese ganzen Baals-Propheten liquidiert. Und er hatte so Angst bekommen. Also hier fing seine Angst schon an, real zu werden. Aber das war noch nicht das Ende. Er bekommt noch eine Nachricht. Und dann schreibt ihm die Isabel, morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann. Und hier bekommt Elia es wirklich mit der Angst zu tun. Und das ist eine reale Angst, weil er hatte zwar das ganze Volk auf seiner Seite, aber der Isabel hatte das ganze Militär auf ihrer Seite. Und natürlich war sie viel schlagkräftiger. Und bevor Elia irgendwie sich beim Volk verstecken konnte, hätte sie ihn mit den Soldaten umgebracht. Und hier hat er wirklich Angst bekommen. Da haben wir gesagt, ja Mensch, nach so einem grandiosen Sieg hätte er vielleicht zurückschicken können, Hashtag Jesus oder Hashtag Gott oder LOL. Aber nein, er bekommt es richtig mit der Angst zu tun. Und er rennt um sein Leben. Und vielleicht hast auch du in deinem Leben Ängste, wirklich existenzielle Ängste, beruflich, emotional, in den Beziehungen. Und du hast wirklich Angst. Und du bist auf der Flucht, vielleicht vor dir, vielleicht vor anderen. Und genau das sagt uns auch die Bibel, dass die Mächte, die der Gegenpol zu Gott sind, die wollen uns runterziehen. Die wollen uns immer wieder unsere Leidenschaft für Gott, unsere Leidenschaft in unseren Beziehungen zu unseren Kindern, immer wieder uns diese Leidenschaft rauben. Aber ich sage euch eins, Angst ist normal. Ihr kennt vielleicht den Paulus, als er noch von Jerusalem auf einem Pferd geritten ist, nach Damaskus und hat Christen verfolgt. Er war einer der berühmtesten Christenverfolger oder einer der ersten Christenverfolger. Und auf dem Weg nach Damaskus, das war ein 300 Kilometer. Also das war, durch verschiedene Klimazonen musste er reisen. Also es war ihm wirklich ernst. Und kurz vor Damaskus erscheint ihm Jesus und er fällt vom Pferd und Jesus sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Also damals hieß ja noch Saul. Und er sagt, Herr, wer bist du? So, und ihr kennt die Geschichte, die meisten, die diese Story kennen. Und die Leute, die mit ihm gereist sind, seine Weggefährten, die haben das Licht gesehen, aber die haben keine Gestalt gesehen. Sie haben den Ton, den Schall, haben sie gehört, aber sie haben nicht gehört, was gesagt wurde. Und jetzt wird dieser Paulus nach Damaskus gebracht. Und er ist da drei Tage in irgendeinem Haus und isst nichts und trinkt nichts und macht sich Gedanken, was habe ich nur angerichtet? Ich habe Jesus verfolgt. Und dann in dieser Stadt in Damaskus ist ein Mann, den finde ich cool. Das ist der Hananias oder Ananias, je nach Übersetzung. Hananias wird er meistens genannt. Und Gott spricht zu diesem Hananias und sagt, Hananias, geh und das und das Haus und die Straße, die heißt die Gerade oder wahrscheinlich die Hauptstraße oder Breitenstraße hier, ne? Da ist der Saulus und er betet. Und du sollst ihm die Hände auflegen, damit er gesund wird. Und der Hananias bekommt es mit der Angst zu tun. Er sagt, hey, also ich sage, Gott hat es ihm gesagt, nicht irgendjemand, nicht irgendein Engel oder sowas, eine Gabriel oder sowas. Gott persönlich hat es ihm gesagt, hey, mach das. Und er sagt, ich habe Angst. Gott, ich weiß genau, dass er Christen verfolgt und Christen tötet und so weiter und so fort. Ich habe Angst. Aber trotzdem geht er hin und macht das. Und das ist ganz normal, wenn du Angst hast in deinem Leben vor der Zukunft und allem Möglichen. Also wir sehen, das ist legitim. Und auch hier hat Elia eine völlig legitime realistische Angst. Und er haut ab in die Wüste und geht dort in eine Höhle hinein. Und wir lesen das in 1. Könige 19, Vers 13. 1. Könige 19, Vers 13. Und er ist dort in der Wüste. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt, Elia, was tust du hier? Also wir sehen, Elia ist abgehauen und er ist tief im Schlamassel drin. Volle Angst. Elia, was tust du hier? Vielleicht geht es dir auch so in deinem Leben. Vielleicht hast du Probleme mit deinem Chef, in deiner Beziehung oder sonst wo. Und die Isabel gibt es heute natürlich nicht mehr. Aber vielleicht ist dein Chef so eine Art Isabel oder dein Vorgesetzter. Und du hast Angst. Und da gibt es auch noch, wie gesagt, am Anfang habe ich gesagt, die begründete Angst und die unbegründete. Und da gibt es noch die spezifische Angst und die unspezifische. Weil manche Menschen, wenn du fragst, wovor hast du Angst? Weiß ich nicht. Ich habe einfach Angst. Also Psychologen nennen das eine frei flottierende Angst. Also eine Angst, die losgelöst ist von allem möglichen von der Situation. Und da gibt es noch die spezifische Angst. Also vor Arbeitslosigkeit, vor Krankheit, vor Krebs, vor Spinnen und so weiter und so fort. Und eine Angst steht immer am Anfang. Also es ist selten, dass Menschen Depressionen bekommen, ohne vorher Angst zu haben. Und die zweite Stufe, also erst kommt die Angst, die uns die Leidenschaft raubt. Und das ist noch normal. Wenn wir diese Angst dann händeln, dann ist alles gut. Da können wir unsere Leidenschaft wieder zurückgewinnen. Aber wenn wir diese Angst nicht händeln und sie zulassen, dann wird es schwierig. Dann kommt nämlich die Resignation. Und nach der Resignation kommt die Isolation. Und dazu lese ich euch aus Erste Könige 19, Vers 3 bis 4. Da packte die Elia die Angst. Ganz normal. Die Isabel hatte das Heer angewiesen, ihn umzubringen, die Soldaten. Da packte ihn die Angst. Ganz normal. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba ganz im Süden Judas. Das waren über 200 Kilometer. Über Stock und Stein. Auch noch okay. Aber dort begeht er einen Fehler. Und aus seinem Handeln geht heraus, dass er dort resigniert hat. Er hat aufgegeben. Und zwar steht es, dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Das heißt, er war nicht allein. Also er war, diese ganze Zeit ist er nicht alleine gelaufen, sondern sein Diener ist mit ihm mitgelaufen. Und als er dort ankommt in Beersheba, 200 Kilometer südlich, resigniert er. Er resigniert und lässt seinen Diener zurück. Also Resignation, Isolation. Und jetzt begibt er sich in eine gefährliche Spirale hinein. Angst, Resignation, Isolation. Und allein, ganz allein wanderte er einen ganzen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginstersstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Also hier sehen wir, dass Elia ganz unten angekommen ist. Er feiert hier eine richtige Selbstmitleidsparty. Und er sagt zu Gott, ich bin als einziger übrig geblieben. Und so ist es auch bei uns im Leben. Angst ist normal. Aber wenn wir dann resignieren und in die Isolation gehen, dann wird es richtig gefährlich. Wenn wir einfach keinen Kontakt mit Menschen haben wollen, dann geht die Spirale nur noch abwärts. Und ich habe euch da mal ein paar Bilder mitgebracht. Die Bibel vergleicht den Teufel mit einem brüllenden Löwen. Und der Teufel, ich meine, ist doch blöd. Guck mal, hier ist doch viel mehr Fleisch als da, oder? Und er läuft nicht der Herde hinterher, sondern dem einzelnen Zebra, das er abgespalten hat. Und so ist es auch bei uns, wenn wir uns abspalten und einfach niemanden an uns mehr ranlassen, dann hat es der Teufel viel leichter, uns zu besiegen. Das nächste Bild. Dann packt er uns und stellt uns die Luft ab. Er macht uns fertig. Und wir sind dann richtig am Boden zerstört. Dann das nächste Bild. Aber wenn wir zusammenhalten, wenn wir als Church zusammenhalten, wenn wir in der Gemeinschaft miteinander sind, dann hat er keine Chance. Weil Zebras sind ja Pferde im Pyjama. Also die Südafrikaner sagen, also Zebras sind Horses in Pyjama. Und da sieht er so viele Striche, das verwirrt ihn total. Und wenn wir wirklich zusammenhalten und uns nicht isolieren lassen, dann hat er keine Chance, uns abzuspalten. Weil der Teufel ist so ein Typ, er greift, er versucht meistens nicht die Masse anzugreifen, sondern immer den Einzelnen. Er möchte uns abspalten. Deswegen ist es so cool, wenn wir zusammenhalten können. Wenn wir Menschen für Gott begeistern, wenn wir uns hier jeden Sonntag treffen, uns unterhalten und Gemeinschaft haben. Es ist so wichtig, Leute, dass wir da zusammenhalten. Und es nicht so machen wie Elia, dass wir resignieren, uns isolieren und in die Wüste abhauen. Und dann lesen wir weiter in Erste Könige, 19 Vers 4. Das hatten wir schon. Also alleine wanderte er einen Tag lang weiter. Alleine. Er hätte ja seinen Diener mitnehmen können, falls was passiert. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Und hier ist er wirklich am Boden angekommen. Und zum Schluss steht immer die Leere, beziehungsweise die Depression. Er liegt hier komplett depressiv unter dem Ginsterstrauch und ist fix und fertig. Da denkst du vielleicht, ja, wieso hast du dir den Elia aus der Bibel geschnappt? Ich meine, ist vielleicht ein Einzelfall in der Bibel? Nein, es ist kein Einzelfall in der Bibel. Viele Männer, viele Helden der Bibel und die Bibel ist authentisch. Sie führt das auch auf. Sie verschweigt das nicht. Viele Männer in der Bibel waren richtig stockdepressiv und waren komplett fertig mit der Bereifung. Ich habe euch mal ein paar Männer mitgebracht aus der Bibel. Mose sagt, ich bin allein. Dann, wer ist das? Hiob sagt, ich bin, warum bin ich nicht tot? Weiter geht's. Und jetzt kommt es wirklich dicke, also überlegt mal. Das ist der Jeremia, einer der berühmtesten Propheten des Alten Testaments, der sagt, verflucht sei der Tag meiner Geburt. Ey, wie heftig geht das denn? Okay, weiter geht's. Wer ist das? Kann man ein bisschen erkennen. Das ist der Jona. Lieber tot als lebendig. Er will lieber tot als lebendig sein. Deswegen, Leute, wenn wir ganz am Boden sind, wenn wir unsere Leidenschaft verloren haben, wenn wir nicht mehr begeistert für Gott sind, wenn wir nicht mehr begeistert sind für unsere Beziehungen, wenn du nicht mehr begeistert bist von deinem Ehepartner, von deinen Kindern. Es gibt Hoffnung. Und die Bibel sagt, das ist, das haben andere mitgemacht und sie sind wieder aufgestanden. Alle diese Männer sind wieder aufgestanden. Also, wir sollten versuchen, diese ganzen negativen Sachen erst gar nicht zuzulassen. Wenn wir da drin sind, kein Problem, kommen wir da wieder raus. Aber am besten ist es, wir lassen sie gar nicht zu. Das heißt, wir machen die Tür zu, sagen, nein, Stopp, Angst, kein Problem. Ich reagiere angemessen und dann ist gut. Ich bewege mich nicht weiter die Spirale runter. Und wir haben ja gelesen in der Bibel, 1. Timotheus, die Angst ist ein Geist. Manchmal denkst du, ja, ich mache die Tür so einen ganz kleinen Spalt auf. Aber ein Geist kommt auch durch den Spalt rein. Deswegen einfach die Tür zumachen und sagen, hey, nein, Gott ist meine Zuversicht. Ja, und was ist denn, wenn wir dann in unserem Alltag wirklich ganz unten angekommen sind? Wir haben erst Angst vor irgendwas. Dann wollen wir aus der Angst rauskommen, schaffen es aber nicht gleich, dann resignieren wir. Und wenn wir resigniert haben, wollen wir vielleicht nicht, dass die anderen das mitbekommen, dass wir Angst haben. Wir wollen uns nicht zugeben, dass wir Angst haben. Und wir gehen in die Isolation. Und dadurch wird alles schlimmer und letztendlich landen wir bei der Depression. Am Anfang ist immer die Angst ganz groß, die Depression ganz klein. Im zweiten Bild ist die Angst groß, die Depression schon viel größer. Und im dritten Bild ist die Angst ganz klein und die Depression ganz groß. Und im vierten Bild sehen wir, die Angst ist weg, aber die Depression ist voll da. Und hier hat es auch den Elia voll erwischt. Und das möchte wirklich der Gegenspieler Gottes, der Teufel nennt die Bibel, der möchte uns da genau da haben. Und hier möchte ich nochmal, ich zeige nochmal das Ying und Yang Zeichen. Die ganzen fernöstlichen Religionen wollen ja uns sagen, dass zwischen Gut und Böse immer Gleichgewicht herrscht. Aber die Bibel sagt ganz klar, das Gute wird am Ende siegen. Und ich sage euch eins, das Gute hat gesiegt. Das haben wir eben gesungen, das Gute hat gesiegt. Und was ist das Gute? Jesus hat gesiegt. Jesus ist Sieger. Und dann möchte ich euch weiter aus der Bibel vorlesen. Erste Könige 19 von Vers 9 bis 10. Und hier ist der Elia wirklich am Boden. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Aber da spricht Gott zu ihm. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Elia antwortete, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben. Ich allein. Hier sehen wir wieder ich allein. Und nun trachten sie mir auch nach dem Leben. Ich allein. Aber Gott sagt, nein, du bist nicht allein, Elia. Es gibt noch 7000 andere, die der gleichen Meinung sind wie du. Aber Elia hat sich nicht mit ihnen connected. Er hat sich einfach isoliert. Was können wir konkret tun, wenn wir ganz unten angekommen sind? Angst, Resignation, Isolation, Depression. Was können wir konkret tun? Und ich möchte euch zwei ganz konkrete Sachen an die Hand geben, die uns in der Bibel beschrieben werden, was wir tun können. Und dazu lese ich euch noch eine Stelle aus Erste Könige, Kapitel 9, 9, 10 von Vers 5 bis 7. Genau. Hier wird es nochmal beschrieben, wie Elia dieses Ding reingekommen ist, in diese Angst, in diese Depression. Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Also in der Bibel wird sogar erwähnt, unter welchem Baum, der sich hingelegt hat. Ich habe mich gefragt, ja Mensch, jetzt Kinder, wieso Ginsterstrauch, wieso nicht, was weiß ich, Ölbaum? Also in der Bibel, das ist ein Symbol. Ginster ist immer giftig. Es gibt nichts am Ginster. Vom Wurzel bis zum Blatt und Frucht und Blüte. Alles ist giftig. Und hier wird in der Bibel so ein Symbol quasi gebraucht, dass er sich unter einen Ginsterstrauch legt. Pures Gift. Das vergiftet ihn. Und hier geht es weiter. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf, Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den Weg nicht, der vor dir liegt. Also wir sehen, wenn wir am Ende sind, dann ist Gott noch lange nicht am Ende. Und es macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, wenn wir uns dann in Aktionismus verlieren, sondern dass wir, dass wir dann einfach uns in Worship hüllen. Dass wir einfach sagen, hey Gott, ich will dich einfach anbeten. Ich will mich einfach deiner Gegenwart aussetzen. Dann hüll dich einfach, wenn es dir richtig dreckig geht. Nimm bei YouTube oder irgendwie CDs oder was du da zu Hause hast und mach richtig Worship an. Das ist so Hammer. Das ist so effizient, wenn wir anfangen, Gott zu loben. Und lass dir dabei ganz viel Zeit, ohne Hektik, ohne allem. Vertraue einfach auf Gott und Gott wird sich um dich kümmern. Wenn du Gott anbeten wirst, wenn du Gott beim Wort nehmen wirst, dann wird sich Gott um dich kümmern. Und Gott wird alle Mauern zerstören, die dich eingesperrt haben, die dich isoliert haben, wird Gott einreißen. Und langsam, ganz langsam wird sich diese Dunkelheit um dich auflösen. Und du kannst immer wieder sagen, Jesus, du bist meine Zuversicht. Du bist meine Zuversicht. Auf dich will ich mich verlassen. Mach das. Das ist das Effizienteste, was du tun kannst. Gott zu loben. Und das habe ich mir nicht ausgedacht, Leute. David hat es gemacht. 150 Psalmen lang hat er Gott gelobt und sich aus seinen Depressionen rausgeholt. Ja, Gott wird alle Mauern einreißen. Er wird deine Isolation für immer beenden. Und ich sage euch, das ist ein mächtiges Werkzeug. Das habe ich zigmal getestet. Ich war auch schon zigmal am Boden in meinem Leben und das wirkt wirklich. Und wie gesagt, ich bin selber nicht auf die Idee gekommen, sondern die Psalmen der David, der hat so viele Depressionen gehabt. Wahnsinn. Aber er hat es geschafft mit Gottes Hilfe. Und jetzt gebe ich dir nochmal ganz ein zweites, konkretes Beispiel an die Hand. Was du tun kannst. Noch zusätzlich. On top, sage ich mal. Also ich mache jetzt, ihr merkt so richtig, ich will euch hier was verkaufen. Also dass ihr wirklich die Bibel nehmt und sagt, hey, Worship, yes, mache ich. Aber es gibt noch ein sehr wirksames Werkzeug. Personalisiere die Verheißungen Gottes. Okay? Also nochmal. Personalisiere die Verheißungen Gottes. Ich habe ja mal einen Vers genommen, der nicht so ganz bekannt ist. Also den möchte ich jetzt mal personalisieren. Wer möchte, dass ich ihn mal hier personalisiere? Wessen Namen soll ich hier einsetzen? Joe. Okay. Joe, ich werde jetzt diesen Vers auf dich zuschneiden. Das ist auch super. Jesaja 61 Vers 3. Die 6 ist ein bisschen unter die Räder gekommen. Ja, das hängt damit an, weil ich die E-Mail mit Mac geschickt habe. Also genau. Also wir wollen jetzt diesen Vers personalisieren. Also ihr seht diesen Vers. Vorbei ist die Leidenszeit vom Joe. Vorbei ist die Leidenszeit vom Joe. Er streut sich nicht mehr voller Verzweiflung Asche auf seinen Kopf, sondern er schmückt sich mit einem, mit einer coolen Frisur. Statt der Trauergewänder gebe ich ihm cooles Parfüm von Prada zum Beispiel. Das ihn erfreut. Seine Mutlosigkeit will ich in Jubel verwandeln. Und Joe wird geschmückt damit wie mit richtig stylischen Klamotten. Wer ihn dann sieht, vergleicht ihn mit einem Baum, den Gott selbst gepflanzt hat. Und man wird Joe den Garten des Herrn nennen, an dem Gott seine Größe und Macht zeigt. Ey, das macht so viel Freude, wenn wir die Verheißung Gottes anfangen zu personalisieren. Nicht einfach sagen, ja, damals hat Gott das Verheißen, so what? Versuch das wirklich auf dein Leben zu münzen. Setze deinen Namen ein. Setze deine, und wenn da Turban steht, dann sagst du halt eine coole Frisur, weil Turban ist nicht so toll heute. Also personalisiere das Wort Gottes. Personalisiere die Verheißung Gottes. Und ich liebe das. Also ich bin ein riesen Fan davon. Genau. Also das sind die zwei unglaublich wirksame Sachen. Weil viele versuchen dann Aktionismus, Probleme zu lösen und so weiter und so fort. Aber wirklich Worship und Gottes Verheißung in Anspruch nehmen, das ist so der Hammer. Und dann kommt es auch bei Elia langsam zu einem Turnaround. Es kommt zu einem Turnaround bei ihm. Und dazu lesen wir 1. Könige 19 von Vers 10 bis 11. Und hier heult er noch am Anfang. Also bei diesem Abschnitt, also ein paar Verse haben wir schon gelesen, aber hier sehen wir den Dreh, wo es gerade gedreht wird. Okay? Am Anfang heult er noch rum und sagt, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen. Die Story kennen wir alles. Und das ist typisch so. Immer wieder die gleiche Leier. Deine Altäre nie dir gerissen, deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben. Ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Da antwortete ihm der Herr. Jetzt kommt Gott ins Spiel. Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich. Denn ich will an dir vorüber gehen. Und wenn du ganz tief unten bist, ganz, ganz tief unten bist, in deinen Beziehungen, in deiner Beziehung zu Gott, in deiner Arbeit, in deinem sozialen Umfeld, dann darfst du aus deiner Höhle herauskommen. Dann darfst du aus deiner Höhle herauskommen und Worship mit Gott erleben, Gott anbeten. Dann darfst du die Verheißung Gottes personalisieren und du wirst es nicht glauben. Dann wird Gott sagen, ich will an dir vorüberziehen. Da wird Gott wieder in deinem Herz, also wird dich erfüllen. Da wirst du auch seine Gegenwart nicht nur wissen, dass er da ist, sondern du wirst sie auch spüren. Und dann, das würde jetzt den Rahmen sprengen, da erlebt Elia wirklich eine komplett neue Vision. Gott gibt ihm eine komplett neue Vision, einen neuen Auftrag. Und so wird es Gott in deinem Leben auch tun. Also komm einfach raus aus deiner Angst, deiner Resignation, Isolation und aus deiner Leere, aus deiner Depression. Denn Gott möchte an dir vorüber gehen. Wenn du vielleicht noch nicht mit Gott unterwegs bist, dann kannst du vorher noch einen First Step machen und das tun, was die Bibel sagt, und zwar Jesus als deinen Erretter annehmen. Und das Lied, was die Band jetzt gleich singen werden, was die Sänger singen werden, du darfst während dem Lied, das Lied ist ein gesprochenes Gebet, wenn du das Lied nachsingen kannst und diese Worte wirklich ernst meinst, dann kann Gott in dein Leben kommen, wenn du noch nie mit Gott unterwegs bist. Und wir singen jetzt gemeinsam das Lied. Ihr könnt gerne dazu aufstehen und singe mit, bete einfach mit.